so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute ist es zeit zu rocken deswegen haben wir die born to rock von gao ja wir haben ja eine richtig geile süße mini batterie im kaliber 20 die hat gerade mal 170 gramm satzmenge aber was da rauskommt ist wirklich mehr als überragend wir haben hier richtig geile crackling feuertöpfe und oben wieder so popping flowers crackling also für crackling lover kauft euch die ganz ganz günstig zu haben gerade mal leicht über zehn euro aber ich würde sagen wir gehen jetzt raus und zünden die lasst euch mal überraschen wie geil die ist ganz klar die zeile unter den titel lesen rock ist mal live dicker das dicker steht aber muss zwischen den zeilen lesen sollte eine neuheit sein von grau tatsächlich Wahrscheinlich aus so einem Kla... Aus dem Mini-Ding, ja. Die kostet vielleicht so 10 Euro oder sowas. Mehr ist die nicht. Ja, was war das denn?